Noch ein zweites Mal, denn leider hat es gerade nicht funktioniert mit dem Internet, für die, die eben schon mal da waren. Herzlich willkommen zu meiner kreativen Auszeit heute. Heute machen wir diese Karte. Ihr seht daran, dass ihr jetzt alles ordentlich sehen könnt, dass ich auch mit meiner Kameraeinstellung nochmal ein bisschen was geändert habe. Das bedeutet aber jetzt leider, dass ich auf eure Kommentare nicht antworten kann. Das mache ich dann einfach später, denn ich sehe jetzt halt die Kamera nicht, sondern lasse mich einfach nur filmen. Ich hoffe, diesmal klappt es auch mit dem Internet. Ich habe auf jeden Fall nochmal alles gegeben und nochmal alles umgesteckt und umgestöpselt. Und falls nicht, haltet bitte durch. Ich gebe alles. Ich würde dann gerne auch jetzt natürlich starten und fange dann jetzt einfach mal mit der Grundkarte an. Dafür brauchst du einfach erstmal einen DIN A4 Bogen in Flüsterweiß. Den schneide ich jetzt einfach bei 21 Zentimetern ab. Das heißt, ich habe jetzt dann also einen Bogen in 21 mal 21 Zentimeter und den falze ich jetzt einfach in der Mitte. Wenn ihr mal guckt, das Papier lässt sich immer in einer Richtung ganz einfach biegen und in eine Richtung etwas schwerer. Wenn ihr das so falzt, dass ihr das hinterher in der Richtung knickt, dann wird das etwas schöner. Das nennt man die sogenannte Rollrichtung des Papiers. Und das heißt, ich falze jetzt erstmal bei 10,5 Zentimeter, also genau in der Mitte. Wer jetzt noch einen Falzbein hat, das habe ich jetzt gerade mal wieder nicht hier liegen, der kann das jetzt auch noch schön knicken. Entschuldigt. Und dann ist die Grundkarte fertig, aber die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Dann ist hier noch ein Reststreifen und mit dem arbeiten wir jetzt weiter. Bevor wir den bestempeln, müsst ihr den jetzt aber erst einmal zuschneiden. Und zwar muss der in der Länge auf 19 Zentimeter geschnitten werden. Ja, jetzt habe ich leider nicht gesehen, wann das Internet gerade weg war. Also nochmal in der Länge auf 19 Zentimeter zuschneiden. Und in der Breite, das ist jetzt nicht mehr sehr viel, ist nur so ein schmaler Streifen, den ihr abschneiden müsst, muss das dann 8,5 Zentimeter breit sein. Also ist wirklich nicht viel, was da weg geht. So, und mit dem Stück arbeiten wir jetzt als erstes. Ich hatte euch ja gebeten, die Liebeleien und die Garden in Blooms rauszuholen für heute. Könnt ihr natürlich mit jedem anderen Set machen. Also ist völlig egal, sucht euch einfach was aus, womit man schöne Hintergründe machen kann. Ich fand das auf der Karte halt sehr schön. Außerdem habe ich da viele nette Kommentare zu bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, bleiben wir heute auch dabei. Allerdings ist mir dann beim Zusammenräumen vorhin aufgefallen, dass ich noch ein Stempelkissen vergessen habe. Und zwar, ihr bräuchtet zusätzlich noch das Stempelkissen in Grau oder ein Stempelkissen in Grau. Könnt ihr auch gerne schwarz nehmen. Für den Rand hier von dieser Libelle, die ich benutzt habe, ich nehme immer lieber Grau, weil ich das nicht so mag, wenn das immer so richtig dominant nach außen sticht. Und das Grau finde ich ein bisschen dezenter und zarter. Ja, dann können wir eigentlich schon starten. Also ich nehme als erstes mal die Libellen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich hier noch meine Karte habe. Ich zeige sie euch nochmal eben. Also ich würde das jetzt auch gerne wieder so machen, dass ich die Libellen da in die Ecke stempele. Mal gucken, welcher Stempelkopf da jetzt der beste ist. Ist halt nicht so ganz. So, ich nehme jetzt einfach den, auch wenn die Libelle nicht ganz drauf passt. Und fange jetzt einfach mal an. Leider haben meine Tricks nicht geholfen und ich sehe, das Internet geht doch leider zwischendurch immer wieder weg. Haltet bitte durch. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter mitbastelt. Ansonsten schaut euch einfach hinterher das Video an. Das Gute ist, dass Facebook das dann schneidet und dann sind diese Ausfälle halt nicht mehr dabei. So, also jetzt kann ich endlich starten mit der Libelle. Und ich mache sie jetzt einmal hier oben hin. Und einmal noch auf der anderen Seite. Also das ist jetzt der Startpunkt. Und weil ich das ganz praktisch finde, nutze ich jetzt auch zum Füllen den passenden Stempel. Da muss ich aber, ich mache mal eben den anderen. Weg, ich bin mal kurz weg. So, entschuldigt, aber mein sauberes Mal. So, als nächstes ist jetzt das Himmelblau an der Reihe. Denn das habe ich benutzt, um die Flügel zu stempeln. Und das geht ja mit dem Füllstempel hier wirklich ganz einfach. Mal gucken, dass ich den noch ordentlich voll habe. Mal gucken, ob ich das jetzt so im Sitzen kann, weil ich mich eigentlich für sowas immer lieber hinstelle. Weil man dann viel besseren Blick hat. Da muss ich immer noch im Blick haben, ob das Internet auch weiterläuft. So, und auf der anderen Seite dasselbe Spielchen. Also falls ihr dieses komische Geknatter im Hintergrund hören solltet, das ist nicht meine Kamera und auch nichts, was kaputt ist, sondern einfach unsere Tiefkühltruhe, die ein bisschen klappert. Denn ich sitze ja hier in meinem Keller und da sind leider auch noch so ein paar familiäre Sachen mit untergebracht, die ich dann bei solchen Sachen natürlich nicht ausschalten kann. So, als nächstes brauchen wir dann ein paar Blümchen. Und zwar nehme ich jetzt erstmal diesen Außenstempel-Randstempel. Und da habe ich das so gemacht, dass ich den jetzt nicht... Das kommt davon, wenn man es falsch einsortiert, lässt man sich dann von den Bildchen irritieren. Ich hoffe, ihr seid ja ordentlicher als ich. Normalerweise bin ich das auch, aber diesmal wohl nichts. Also gut, also als erstes den Außenstempel und den habe ich jetzt eben nicht in Grau gestempelt, sondern habe dafür Grün benutzt. Ich hatte euch jetzt Wasabi heute mal vorgeschlagen. Ich glaube, auf der Karte hier war das wohl eher Farngrün oder so. Auf jeden Fall sieht es mir nicht so nach Wasabi aus. Aber egal, heute nehme ich jetzt Wasabi. Und hier auf diesem Stempel seht ihr oben so einen kleinen Nupsi oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Das ist dafür da, dass man, wenn man den Füllstempel hinterher stempelt, das entsprechend ausrichten kann. Also wenn ihr euch merkt, wo jetzt dieser kleine Nupsi hingezeigt hat, dann könnt ihr das hinterher auch perfekt da reinstempeln, ohne groß überlegen zu müssen, wie das ist. Denn die sind ja nicht symmetrisch. Mir hilft das leider meistens nicht wirklich weiter. Mir hilft das nicht weiter, weil ich meistens nicht so darauf achte, wie ich das Ganze stempel. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Also wenn ihr euch selbst eine Fallen tun wollt, achtet darauf. Ich werde mir jetzt mal Mühe geben, das zu tun. Ich stempel dann jetzt erstmal meine Blume. Einmal hier oben. Und dann nochmal, ich fülle nochmal auf meine Karte, so hier unten hin. Und dann nehme ich jetzt den Stempel zum Füll und mache das jetzt auch wieder mit dem Himmelblau. Aber das mache ich jetzt ein bisschen anders. Und zwar färbe ich jetzt erstmal meine Blüte ein. Und dann stempel ich die erstmal hier, jetzt habe ich mir die Finger auch noch eingeschmiert, auf dem Papier ab. Und dann stempel ich die in die vorgestempelte Blüte. Das hat den schönen Effekt, dass die Blüte jetzt ein bisschen heller aussieht, als hier die Bällen. Ich finde das immer ganz nett. So kann man ein bisschen rumspielen. Und die zweite stempel ich dann jetzt nochmal genauso. Und jetzt ist nämlich schon wieder mein Problem, dass ich nicht mehr so genau weiß, wie ich eben das gehalten habe. Aber ich glaube, es war so. Ja, so passt es wohl. So. Dann kann ich das blaue Stempel. Auch schon wieder wegtun. Und dann sind wir jetzt soweit. Und weil mir das hier in der Mitte, auch letztes Mal schon irgendwie so ein bisschen zu leer war, habe ich dann noch den Schmetterling hier aus dem Set genommen. Und bei dem kann man das auch wieder genauso machen mit diesem Doppelstempeln. Das finde ich an diesem Set so toll, weil das immer auch einen schönen Effekt gibt mit diesem Two-Step. Und den Rand, den mache ich jetzt nicht mehr. Ah, ich war mal kurz weg, wie ihr gesehen habt. Aber mein Internet war ja auch schon wieder weg. Schön, dass ihr noch da seid. Ich sehe irgendwelche Kommentare. Das freut mich total. Wie gesagt, ich werde die dann später beantworten, da ich jetzt gerade irgendwie nicht lesen kann. Ich habe mir zwar so ein Hilfsmittel gebaut, sondern mache ich nachher mal ein Foto, damit ich halt sehen kann, was ihr seht. Aber ich sehe es jetzt auch spiegelverkehrt. Und das heißt, ich kann natürlich irgendwie nicht lesen. Und klein ist es auch. So. Und das heißt, wir machen jetzt einfach weiter. So. Und damit stempel ich jetzt den Rand von dem Schmetterling. Der hat hier oben auch wieder so einen Wupsi. Und den habe ich jetzt auch schon wieder eingefärbt. Das ist echt blöd. Das heißt, ich muss jetzt wieder besonders vorsichtig stempeln, um hier nicht nebenzustempeln. Und ich glaube, auf dieser Karte mache ich doch auch tatsächlich mal zwei von den Schmetterlingen hin. Denn die sind ja auch richtig süß. So. Ha. Ich habe es geschafft. Unfallfrei. Schöner Rand. Leider passiert es mir nämlich manchmal, dass wenn der Stempel innen eingefärbt ist, ich dann auch hier ein bisschen klecker. Aber ich habe es geschafft. So. Dann tue ich schnell mal das auch wieder beiseite. Und um jetzt nicht noch wieder abstempeln zu müssen, aber so habe ich mich entschieden, in die Mitte jetzt Puderhosa zu nehmen. Ich finde, das ist total schön zusammen mit Feige. Ihr könnt natürlich auch alles Mögliche andere nehmen. Also probiert einfach mal ein bisschen rum. Es gab ja auch mal so einen kleinen Color Coach zu diesen neuen In-Color Farben. Und da waren auch ganz interessante Farbkombinationen. Ich musste auch nochmal drüber gucken. Da wollte ich eigentlich immer noch die ein oder andere ausprobieren. So. Und dann stempel ich das jetzt einfach so rein. Denn das ist ja schon hell genug. Und natürlich für den zweiten auch noch. Das ist dann jetzt erstmal der Hintergrund, Herr Kater. Ich mache jetzt nochmal schnell mein Stempelkissen zu. Bevor es hier umgekippt. Und räume auch mal den Stempel noch hier oben mal Seite. So, der Vorteil ist, wenn das Internet zwischendurch weg ist, kann ich schon mal ein bisschen hier aufräumen. Ich habe nicht mehr so viel Chaos hier rumliegen. Weiter geht's. Bevor wir jetzt noch die Buchstaben gleich machen, brauchen wir natürlich jetzt hier unten noch einen Zusatzschriftzug. Eigentlich wollte ich jetzt heute mal nicht alles ausstempeln. Äh, stempeln. Äh, stanzen natürlich. Sondern ich wollte eigentlich Happy und dann Birthday dazu. Aber, ihr werdet es nicht glauben, ich habe doch tatsächlich keinen Birthday-Stempel gefunden. Also nichts, wo ich nur das Birthday jetzt hätte nutzen können. Unglaublich. Also ich muss, glaube ich, nochmal intensiver durch meine Stempel gucken. Heute Morgen habe ich jedenfalls da nichts gefunden. Also bleibe ich mal wieder bei dem, ähm, alles wäre eine Möglichkeit. Denn, ähm, in dem Set hier, ähm, Moment, äh, ja, alles Liebe Geburtstagskind, da findet ihr einen passenden Stempel, den ihr super nutzen könnt. Und zwar gibt es hier unten, das spiegelt jetzt total, äh, könnt ihr das lesen, alles Liebe. So, aber dann habe ich gesehen, da gibt es nämlich nicht nur dieses alles Liebe, sondern, hier gibt es auch noch, heute ist dein Tag. Und da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Dann habe ich nämlich wenigstens ein bisschen andere Karte. Und dazu, da habe ich natürlich jetzt erstmal den Stempel. Ähm, heute ist dein Tag. Muss ich jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, weil, müssen wir es mal gucken, der ist gar nicht gerade drauf. Ähm, wenn ich das jetzt einfärben möchte, möchte ich ja das heute nicht dabei haben. Und am einfachsten wäre es jetzt natürlich, wenn ihr einen Marker nehmt, aber da ich dir... Also, zeige ich euch jetzt einen kleinen Trick, was ihr machen könnt, wenn ihr keinen Marker habt, denn man kann das genauso gut mit einem Stempelkissen machen. Also ganz einfach wäre, wenn man das irgendwie mit einem Post-it abdeckt oder so, aber ich finde, das geht auch immer so. Und zwar mache ich das ganz einfach nach Augenmaß. und gehe mit dem Stempel über das Stempelkissen und achte darauf, dass dann nur die Buchstaben eingefärbt sind, die ich auch haben möchte. Also in diesem Falle ist dein Tag. Jetzt wollen wir es nochmal ein bisschen kontrollieren. Sieht gut aus. Also, ja, ihr könnt das nicht sehen. Okay, also ich gehe nochmal ein bisschen drüber, damit genug Farbe drauf ist. Und dann stempele ich das jetzt einfach hier unten, weil da noch so schön die Lücke ist, in diese Ecke hier. Und da ja der Rest nicht eingefärbt ist, kann man da auch einfach so stempeln. Und dann habe ich jetzt ganz wunderbar, macht die Kamera das jetzt. Na, ist ein bisschen unscharf. Gehen wir noch ein bisschen näher ran. Na, er will offensichtlich. Ja, die Kamera wollte jetzt eben nicht, aber jetzt geht es, glaube ich. So, da kann man es jetzt lesen. Also da steht jetzt dann nur, ist dein Tag. So, um das Heute kümmern wir uns dann jetzt, damit ihr dann jetzt auch lernt, wie das Ganze geht. Und dazu braucht ihr dann jetzt als nächstes die Legshot. Ich habe das jetzt ein bisschen gekippt mit der Kamera und hoffe, dass man das gut sehen kann. Ich muss jetzt, also ich arbeite jetzt spiegelverkehrt, damit ich sehen kann, was ich hinlege. Das heißt, also ich lege jetzt die Buchstaben so hin, dass ich sie lesen kann, weil ich fürchte, dass es sonst nichts werden wird. Und zwar platziert ihr jetzt einfach eure Buchstaben. Und zwar die großen am besten, weil die halt einfach am schönsten dafür sind. So auf der Karte, dass das gut zu dem Schriftzug unten passt. Denkt dran, das E müsst ihr nachher nochmal zum Schluss ein zweites Mal durchdrehen, weil das natürlich jetzt erstmal... Ja, also denkt dran, das E braucht ihr gleich nochmal. Ich probiere vorher halt immer aus, wie das aussieht. Ich kann das ja jetzt einmal da wegnehmen und einmal, jetzt nicht so, nochmal hinten hinlegen, damit ich auch sicher bin, dass das hinterher passt nicht, dass es hinterher blöd aussieht. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass wenn ihr jetzt die Buchstaben hingelegt habt, ihr euch ungefähr so eine Linie oben merkt, wo die gelegen haben, damit das E hinterher auch passend ist. Denn das tanzt nicht außen, sondern innen. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, sonst sieht es ein bisschen blöd aus. So, aber die habe ich ja jetzt so schon mal ganz gut liegen. Ich glaube, die machen wir ein bisschen näher aneinander. Und dann kurvele ich die jetzt mal durch. Und dafür verschwinde ich jetzt mal ganz kurz, weil ich sowieso jetzt hier schon... Ups, ist das hier gerade verrutscht? Nein? Okay, ist nicht verrutscht. Weil ich ja sowieso schon hier jetzt ein bisschen im zweiten Verkehr arbeiten muss, damit ihr das ordentlich sehen könnt. So, also, Internet war gerade wieder weg. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept. Oh, mein Tee ist natürlich ein bisschen verrutscht, aber egal. So, das heißt, die haben wir jetzt so durchgedreht. Ich gucke mal, ob ich das... So, ich halte es mal so hoch. Dann seht ihr es zwar spiegelverkehrt. Guck mal, wenn ich es drehe. So, kann man jetzt schon sehen. Dann könnt ihr jetzt die Buchstaben hier schon mal auslösen. Und müsst ihr natürlich verwahren. Und schön ordentlich zur Seite legen, denn die brauchen wir ja gleich nochmal. So, ich drehe es mal wieder um, damit ich besser arbeiten kann. Und jetzt muss natürlich noch das B wieder hinten dran. Das heißt, das lege ich mir jetzt nochmal hier wieder auf die Magnetplatte bzw. Bickstock. Und wenn ihr jetzt hier aufpasst, also hier dieser Rand, der sollte mit dem passen, weil das das ist, was... Ja, bei mir geht nicht immer alles glatt. Sieht man sehr deutlich. Also, mein Tee ist schief, mein Internet verabschiedet sich auch heute wieder. Aber ich sehe, ihr seid immer noch dabei. Das finde ich richtig gut. So, und jetzt kümmere ich mich noch um mein letztes E, damit ich das heute dann endlich da stehen habe. Da wird mir heute, glaube ich, auch besonders in Erinnerung bleiben. Und ich stehe nochmal wieder kurz auf und durchkurbeln. So, dann kann ich den Bickstock wieder weg. Gut, jetzt habe ich meine Konstruktion hier gekillt. So, und mein letztes E ist auch noch da. Und ich habe einen heute. Ja, ich glaube, man sieht jetzt auch gar nicht so, dass es so schief ist, ne? Geht einigermaßen, okay. So, das E muss ich natürlich jetzt auch noch retten. Und dann tue ich mal meine Stanzbestorben zur Seite, damit ich hier Platz habe. So, jetzt müssen wir eigentlich noch ausklären, dann sind wir schon fertig. So, dazu. Also, ich sage euch, einen Vorteil hat das mit diesem Internetausfall. Ihr seht gar nicht, wie oft ich hin und her renne. Also, ich dachte, ich bin gut vorbereitet und habe hier alles liegen. Und dann fehlt mir ein Kleberoller und dann fehlen mir die Dimensionals. Und stimmt, fällt mir auf die Stanzbeste, ich habe da Materialiste. Also, ist gut, dass ich zwischendurch rennen kann, wenn alles weg ist. So, aber jetzt geht's weiter. Und zwar Wasabi. Und das schneide ich dann jetzt ein bisschen größer zu als dieses Papier. Wie breit ihr das macht, ist eigentlich letztendlich egal. Also, ich finde es immer ganz nett, wenn so ein kleiner Rand ist. Das heißt, ich schneide das Papier insgesamt in der Regel, damit es nicht so breit ist, so einen halben Zentimeter jeweils breiter. Aber weil wir jetzt auf der Karte noch unheimlich viel Platz haben, mache ich es jetzt diesmal mit einem Zentimeterunterschied. Das heißt, dieses hier war jetzt 8,5 x 19 Zentimeter. Und dann schneide ich mir jetzt ein Stück Wasabi in 8,5. Nee, Quatsch, in 9,5. Ja, guck mal, so sieht das aus, wenn ich auf euch warte und mal nicht laufen muss. Vielleicht soll ich zwischendurch einfach mal ein kurzes Nickerchen machen. Das Internet weiß schon, warum. Ich brauche einfach mal eine Pause. Ich muss im Augenblick so wahnsinnig früh aufstehen. 5 Uhr war ich heute Morgen schon wach. Und halb 6 muss ich aufstehen. Ich finde es grauenvoll. Dabei habe ich nicht mehr kleine Kinder, die mich aus dem Bett schmeißen. Aber eine Studentin ist auch nicht besser, die dann auch noch lange mit dem Zug fahren muss. Und ich denke, man ist ja ganz nett, wenn Mama dann mit am Tisch sitzt. Aber wir wollen ja jetzt erstmal zuschneiden. Will nicht so rumjammern. Und zwar, ich korrigiere mich nochmal. Das Papier muss 9,5 cm breit sein. Und 20 cm in der Länge. Und da ich nicht immer so gerne den Arm ein- und ausfahre, mache ich es mir einfach. Ich weiß ja, wieso ist denn das Bild jetzt unscharf? Also irgendwie... Ich weiß ja, dass das Papier 21 cm lang ist. Und dann schneide ich einfach hier einen Zentimeter ab. Also ich schneide dann auf der einen Seite einfach nur einen Zentimeter ab, weil ich dann ja nicht den Arm ausfahre muss. Wenn ich es jetzt richtig sehe, ist jetzt auch noch das Bild unscharf. Also irgendwie... Ah, jetzt hat mich die Kamera gefunden. Wunderbar. Bin ich zu dunkel oder so? Ja, auf jeden Fall können wir jetzt kleben. Und zwar... Die Karte hatten wir ja schon fertig. Ups, was habe ich hier denn aufgesammelt? Da klebe ich jetzt als erstes das Rühne-Papier drauf. So. Nicht so ordentlich in der Mitte gefaltet. Ein bisschen nachfalten. So. Und ihr seht schon, da habe ich jetzt schon ein bisschen Rand. Und jetzt kommt das dran. Also hier müsst ihr auf jeden Fall... Ähm... Ich wiederhole mich jetzt dauernd, ne? Aber ich kann es nicht ändern, weil wenn das Internet weg ist, weiß ich nie so genau, was ihr jetzt noch mitgekriegt habt. Also wichtig hierbei, immer diese Stückchen hier, die so ein bisschen lose sind, ganz besonders gut festkleben, damit die Karte hinterher nicht kaputt geht. Also da auf jeden Fall großzügig mal Kleber aufbringen, sonst mache ich das eigentlich immer nur am Rand. Und ich fange jetzt einfach mal an, hier so den überall zu verteilen. Eben auch auf den kleinen Sachen in der Mitte, gerade beim H und da im E. Aber auch hier die kleinen Ecken beim T, da solltet ihr auf jeden Fall sehen, dass das gut mit Kleber eingedeckt ist. Und oben an der Kante natürlich genauso. Hier unten ist dann wieder nicht mehr so richtig. Einfach an dem Buchstaben nochmal lang, dass das gut geht. So. Wenn ihr den Kleber jetzt überall ordentlich drauf habt, dann könnt ihr jetzt... Ups... Das Ganze auf die restliche Karte kleben. Passt auf, dass ihr es richtig rummacht. Ist mir auch schon passiert, dass ich es mal schon gemacht habe. Das ist dann besonders ärgerlich, weil damit kriegt man das dann gar nicht mehr runter. Und zwar insbesondere nicht mit dem Kleber. So. Ich drücke das immer nur ganz vorsichtig ein bisschen an. Und dann drehe ich die Karte um. Und drücke dann einmal ganz fest. So kann ich es nicht kaputt machen. Und habe aber alles fest. So. Sieht auch schon cool aus, ne? Aber der Effekt kommt jetzt erst. Und zwar können wir jetzt puzzeln. Juhu. Also wichtig ist, dass ihr jetzt aufpasst, dass ihr die Buchstaben immer richtig rum reinmacht. Beim E kann da nichts passieren. Beim H müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil... So wäre natürlich ein bisschen doof, ne? Und bevor die jetzt reingeklebt und gepuzzelt werden, gibt es noch die süßen kleinen neuen Dimensionals. Die finde ich echt super. Die sind hier natürlich perfekt. Und die verteile ich jetzt erstmal hier auf. Damit die Buchstaben nicht hinterher in der Mitte zusammenklappen, wirklich ein bisschen großzügiger drauf tun. Also das heißt hier, für das H habe ich jetzt sechs Stück in der Mitte und oben und unten. Natürlich noch die andere Seite vom Kleber ab. Der möchte aber gar nicht ab. Und dann nochmal kontrollieren, dass es auch richtig rum ist. Und dann den Buchstaben schön in die Stanz... Oder in das Stanzloch. Jetzt habe ich auch schon Sprachstörungen reinkleben und... Tada! Also, wirklich ganz einfach, ne? Ich mache dann jetzt einfach mal Montra hier weiter. Als nächstes Mal E. Und weil das... Ups. Weil das hier so ein bisschen schmal ist, aber ich das gut finde, wenn da auch ein bisschen was von den Dimensionals ist, nehme ich einfach hier den Rand. Schmeiße ich nie weg, solltet ihr auch nicht machen. Und schneide den in so schmale... Den Rand schneide ich dann in so schmale Streifen. Die kann man dann nämlich auch noch an die Kanten kleben. Auch wenn die jetzt schon sehr, sehr schmal sind und klein sind, gibt es ja doch immer noch vielleicht die eine oder andere Ecke. Uu, das ist ja sogar so geschnitten noch knapp. Wo es noch ein bisschen schmaler sein darf und kann. Und da finde ich, kann man dann den Rand einfach gut verwerten. Also, du musst nicht wegschmeißen, ne? Ich verwende halt immer alles von den... Die gehen erst wirklich in den Müll. Wenn nur noch die Trägerfolie übrig ist, mehr brauche ich nicht für den Müll. So, es ist noch einmal gucken. Uuuh, es gibt da meinen Finger. Ich glaube, hier muss ich jetzt einmal ein bisschen abschneiden. Als es doch noch zu groß ist. Und... Oh, jetzt sehe ich. Also, beim E doch aufpassen. Es gibt zwei. Das hätte ich fast an der falschen Ecke geklebt. Aber da das Muster hier sehr eindeutig ist, habe es jetzt zum Glück noch gesehen. So, also das E gehört da. So, und jetzt habe ich das andere E. Ich habe schon mal ein bisschen weiter geklebt mit meinen Dimensionals, während das Internet sich mal wieder verabschiedet hat. Ich hoffe, ihr seid immer noch da. Und bastelt immer noch fleißig mit. Oh. Ach, hier hat sich doch tatsächlich... Stück von unten mit abgebissen. Das hatte ich auch noch nie. Okay. Lass da mal was Neues. So. Dann kann ich hier auch schon mal runterfitzeln. Das ist das Einzige, was ich an diesen Karten nicht so mag. Hier immer diesen Kleber auseinanderziehen zu müssen. Mein Gott, dabei habe ich schon meine Fingernägel extra nicht geschnitten. So. Und dann kann ich das E jetzt auch einpuzzeln. So. Und dann noch mein U. Uhuhu. So. An den Kanten hier nochmal das Dünnere zu nehmen, weil diese Seite von dem U doch ein bisschen schmaler ist. So. Und mal gucken, ob ich das jetzt auch hier gut reingepuzzelt kriege. So. Ups, das ist ein bisschen schief, was hier passiert. So. Und dann bleibt jetzt nur noch unser Tee. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich glaube, das wird dann auch Zeit, weil es vielleicht ja jetzt klappt, die letzten Kammersekunden dann mal mit durchgängigem Internet zu arbeiten. Also bei dem Tee mache ich jetzt hier an den Kanten auch noch ein bisschen was. Aber dafür schneide ich mir jetzt lieber einen von den Dalmendelnülls durch. Weil ich glaube, dass das etwas besser passt. Aber ich fürchte, wenn ich das nicht mache, kipp mir das Tee an den Kanten dann hin. So, die letzte Tat für heute. Das Tee, es ist geschafft. So. Und die Karte ist fertig. Yeah. Also für alle, die durchgehalten haben, trotz Internetausfall, vielen herzlichen Dank, dass ihr die ganze Zeit dabei wart, auch mit kurzen Pausen. Alle anderen haben ja zum Glück die Möglichkeit, sich das Video ohne die Pausen anzugucken, geschnitten durch Facebook, mit Wiederholungen von Sigrid oder wie auch immer. Ich werde weiterhin versuchen, das Thema Internet zu bearbeiten. Ich kann euch natürlich nichts versprechen. Ich freue mich aber trotzdem, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich jetzt dienstags immer noch zwischen meinem Live-Bastel-Event donnerstags einen kurzen Tipp für euch haben werde. Da werde ich auch immer mal kurz live sein. Spontan, was mir einfällt, als Tipp oder Trick rausgeben. Da gibt es tausende Sachen, denke ich. Und ich werde dann immer spontan entscheiden, welchen Tipp ich euch gebe. Werde ich davon abhängig machen, was mit Ratte über den Weg läuft. Ich freue mich, wenn ihr auch da kurz reinschaut. Das wird dann allerdings kurz und knackig sein. Und ansonsten gibt es das nächste Live-Bastel-Event am nächsten Donnerstag. Wahrscheinlich wieder mit Internetausfällen. Aber ich hoffe, ihr haltet das durch und nutzt die Zeit zwischendurch. Genau.